Hier alle Freunde, willkommen zurück zu Let's Play League of Legends mit Kai, Nele, wie hieß du nochmal? Tobi. Tobi, genau. Und Benni, der gerade rumsitzt bei Kai. Oh yeah. Sagt mal alle Hallo. 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 Also Nele will ja, dass ich mich jetzt benehmen lerne, beim letzten Let's Play war das ich halt nicht so... Genau. Kai kann sich überhaupt nicht benehmen, er ist der Böse. Tut mir leid. Schäm dich, du. Wollte ich nicht, wollte ich nicht, wollte ich nicht. Yorick, du musst Damage machen beim Blubuff. Also wo sei ich hin? Du, du gehst auf die Botlane. Was? Ich muss Damage beim Blubuff machen? Blubuff! Ja, also ich fang bei den Wölfen an, ne? Ich geh dann runter, ne? Und danach mach halt so Blubuff. Dann beeil dich. Das ist eine Irreführung. Let's versuchen. Ich kann keine Spells bei den Dingern raushauen, ne? Ich kann jetzt schon sehen, dass ich oben Shen und Garen hab. Ja, also ich hoffe, ich krieg Brand. Damit könnte ich leben. Da würde ich richtig gut mit leben können. Ne, Six kommt in die Mitte. Ich will aber nicht, dass Six in die Mitte kommt. Ganz ehrlich, ey, Jonas, ne? Ich hab ne Ari, ne? Mit Bennys Account, ne? Mit Brand. Hab ich so weggenutzt. Alter, die hatte so keine Chance. Okay. Ich hab die so weggehauen. Ich kann ja gleich mal mit Bennys Account spielen und dann mit Brand in die Mitte gehen. Da kann Bennys mit Wukong spielen. Du bist drückreich, nicht wahr? Ja, mit Wukong ist eigentlich relativ in Ordnung. Und mit Waffen hängt man nicht mit Nocturne an? Ich? Ich fang mit dem Q-Spiel an, damit meine Passive mir mehr Leben wiedergibt. Guten Tag, Shen. Wie geht's dir denn so? Ach nee, Shen's Sau. Shen und Shen's Sau, das war sein Geist. Sag mal, kriegen die Gegner eigentlich für, wenn sie deine Ghoul töten, nochmal extra Gold? Nein. Doch. Noch kein... Echt? Ja, aber fünf aber nur, oder so. Alter, das kann ganz schön viel sein. Wie viele Ghouls haust du so pro Spiel raus? Also ich kann drei Skills mit Ghouls. Das wird lustig. Deine Ulti doppelt dich einfach nur? Oder irgendwen anders? Äh, auf dem ich die Ulti mache, der kriegt einen Doppelgänger. Boah. Und bloß kein Spin. Mach so ein bisschen Damage bei Bloom mit. Das wäre echt nice. Hast du es gerade gemerkt? Drei. Drei. Jo, danke. Der ist eh nicht auf mich losgegangen. Ja, aber du hast Six in der Mitte, wie ich vermutet hatte. Ich will aber nicht Six in der Mitte. Hast du aber. Das will ich aber nicht. Aber meckere nicht rum, ich hab Shen Sau und Shen oben. Oh, das ist ja böse. Der eine macht auf ihr Warmer nur und der andere macht Damage. Das war gerade schlimm. Das ist ja auch so. Nein, ich weiß, ich weiß, er steht da nur unsichtbar, aber trotzdem. Da denkt man, man ist so, dass es so geht. Vielleicht will er auch Supporter für die Spiele. Ja, der steht da nur unsichtbar rum und das kommt dann so rüber, als ob er halt nicht da wäre. Der spielt für sein, dafür, dass er mit Clarity spielt, spielt er verdammt passiv. Das mag mir gefallen. Ich hab auch Clarity im Spiel umpassiv. Alter, man kann so nicht mehr in der Hand mit Vampirchen. Ich weiß. Es wurde übelst genert. Wenn es gleich quick, für den Janger, wenn der schon wird. Wer? Ja, Jorik braucht, ich bin zu meiner Mumu, wo Jorik braucht, ne? Spielt doch Jorik mit meiner Mumu, oder? Ja, mit meiner Mumu. Gut so. Sinsau kommt runter. Geht mir nicht auf die Eier jetzt hin. Nee, nee, der ist im Jungle. Die wollen mich von beiden Seiten angreifen. Dann geh mal gleich in das untere Gebüsch rein, da komm ich jetzt auch. Ach Gottchen. Ist ja schon voll im Bett. Er macht eigentlich genau das, was man gegen den LeBlanc nicht machen sollte. Passivspielen am Anfang. LeBlanc kann am Anfang nichts. Wenn sie dann Level 6 ist, dann hat jeder Gegner die Arschkarte. Sorry. Macht nichts. Lass, lass. Gott. Ja, taunt, taunt. Mit sowas musst du rechnen. Mit was denn, Benni? Boah. Also ich spiele gleich mal Brand, ne? Dann geht ja über die Party ab. Ich? Oh, Mann. Oh, Mann. Aschei. Deiner Song. Deiner Song. Oh Gott, das ist so... Oh mein Gott, Benni, das ist so ein Flachwitz. Ohne Scheiß, Digga. Flachwitz, Füße hoch. Hey. The Toplane ist schon mal fast gewonnen. Ich komm Six gleich mal ganken, ne? Ja, muss eigentlich nicht, aber egal. Ja, warte, ich level mich eben nochmal so ein bisschen an Blubuff und dann komm ich. Shen und Xin Zhao sind SS, passt auf. Der Typ heißt Xin Zhao, nicht Xin Zhao. Scheißegal. Nee. Vielleicht der Sack ist gleich bei SS. Was? Sack, hä? Der Sack. Achso, ja, hast du nicht, ne? Ich hab mich am Arsch, die Scheißhändler, die hast du beide. Was ist los? Oh Gott, er ist wieder gut drauf. Der hat mich gerade gekickt von einem Shen-Bomb, hat ja beide Bafs. Weil er mich getötet hat. Zu schlecht. Jawohl. Fuck! Das war unnötig. So. Durchaus. Was? Brand SS? Ich geh mal eben dann Lane-Pushen, wie lange der tot ist, ne? Das war voll unnötig. Der tot, der war richtig schlecht. Merke ich schon. Der versteckt sich hier immer. Digga. Ich komm mal runter, ne? Die verstecken sich hier immer. Ich hab mal den Fehler. Ich hab irgendwie die Kette drauf und dann war ich zu weit nach oben. Und... Ah! Gott. Wer war... Wer kann mit meiner Ulti nichts anfangen? Du könntest mich verdreifachen. Du könntest mich verdreifachen, wenn du willst. Das wär doch mal geil. Ne Adela Blanc. Das geht. Dann so drei Adela Blancs. Waaah! Aber wenn ihr sterbt und meine Ulti noch aktiv ist, ne? Dann seid ihr... Fünf Sekunden habt ihr Zeit oder... Moment. Zehn Sekunden Zeit, um euch zu rächen. Ja, komm, Alter. Wenn er kurz... Ähm... Age? Ja? Warum stehst du da hinten? Da kriegst du keine Erfahrung. Ich weiß. Ja, warum stehst du dann da? Ja, ich hab grad... Weil ich gerade Probleme hab, Mann. Oh. Dann hat's... Dann hat's ja uns halt Probleme. Wir sind doch für dich da. Klar. Wir sind doch wie eine große, schöne, runde Familie. Runde? Ja, frag mich bitte nicht, wie ich auf Rund komme. Einfach mal das kann. Ähm... Ja, bitte? Was will ich? Ja, ich... Ja, ich... Ich will mal meinen... Schwebenden... Hinterm also... Ja, komm, lass gut sein. Wer ich jetzt? Nein. Schmied. Komm schon, hast du noch deine Probleme, Nele? Nein, ich hab's getötet. Ich muss sagen, ich hab eine Schwäche für mich. Nele, aber... Alter, du Schlammer, hast du den Gehroh, ne? Ja, hab ich. Und meine Freundin ist trodoof. Die sagt man so schön... Mann. Was sie nicht weiß, macht sie nicht heilen. Oh ja. Du, ich komm da jetzt nicht raus. Lass die mal kommen. Warum bin ich irgendwie der alleine unten? Weil ich hier mir gerade weggegangen ist. Ah, nein. 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 Ich glaub, die wollen nicht mehr. Ja. Was zum... Alter. Klaus mir nur, XP, geh weg. Oh ja. Tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich der Top in die Gegend zwei Leute spielen muss, helfen will. Habe... Ladi-da-di-da. Dann siehst du nichts. Dann siehst du genau den Raum zwischen den beiden Gräsern. Und das war's. Hast du einen Raum? Es gibt keinen Dreh. Den Raum. Die Höhle. Nein. Ähm. Hey, hey. Jonas. Jonas. Ja. Bist du Schwertkämpfer oder Höhlenforscher? Haha. Den hat Martin mir schon erzählt. Verdammt. Den hat er von mir. Hat er wenigstens gesagt, dass er den von mir hat? Ja, hat er. Gut so. Ich bin... Hilfe. Mein Elend, ne? Als Gelände du. Haha. Was ist das denn jetzt für Probleme? Ich brauche ihn mal unterstützen. Boah, wie lai. Ja, ladidei. Ja, verdient. Nee, ich? Nee. Nein, guck, Timo. Hey, die gehen immer auf den Fischen los. Was soll das? Ja, weil du ja auch nichts aushältst. Ja, danke. So, auf wen gehen wir? Das ist mir egal. Das hast du zu entscheiden. Mal sagen, wir gehen auf den Zaun, ne? Ich... Warte, warte. Lass sie zum Tauern kommen, dann join... Boah, fuck, fail. Okay, los, los, los. Boah. Äh, guck dir mein Leben an, du, die tut. Ah, scheiße, ich bin tot. Nein, ich habe meine O.T. benutzt, um Damage zu verteilen, weil ich sonst genauer muss gestorben werde. Macht nichts. Wir haben mich doch gefokust. Ja, eben. Aber mich trotzdem... Ja, wohl, Pedro Blanc. Vergewaltige, kleine, was auch mal Kaninchen. Wie ein kleiner Jordl. Ey, ich bin ein bisschen weiter nach vorne. Du kannst dich auch neben den Tauern stehen, ne? Komm her, du scheiß Horst. Das ist kein Horst, das ist Shen. Der geportet sich. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich seh ihn nicht. Hm. Das war dann nicht... Shen hat sich irgendwo hingeportet. Keiner weiß, wohin. Ich wucke. Ich? Was? Wer kann sich nicht auswarnen? Ah. Nein, Timo, hatte ich gerade voll genült, dass du dir nicht geholfen hast. Hat einfach nur zugeguckt, dass wir schön gestorben sind. Wollen wir mal Doppelgang... Ja, und? Wollen wir noch nicht warten? Wollen wir Doppelgang-Botlane machen? Auch zu spät. Alter, wie kannst du es wagen? Ja, wie soll ich... Wie soll ich ihm helfen? S.S.T.O.P. S.A.U.R.E. Shen aber immer noch nicht. Wie sollte ich denen denn bitte helfen? Sloan, was weiß ich? Irgendwas? Kannst du mit mir Deutsch reden? Dann kann ich dir bestimmt helfen. Indem du deinen Skill, wo du diese Pfeile schießt, ne? Das macht dir die Gegner langsam, ne? Ja, meine Ulti war aber gerade nicht aktiv. Nein, nicht deine Ulti. Da, wo du diese vielen Pfeile schießt, hast du League of Legends auf Deutsch? Ja. Ja, okay. Da müsste der Skill Salve heißen. Ja. Ja, mit dem hättest du draufballern müssen. Weiß ich doch nicht, okay? Nee, ich meckere mich nicht voll. Ich meckere dich doch gar nicht voll. Ich gebe dir noch Tipps. Oh, Jonas, sag was. Meine Freundin ist kompliziert. Du musst vorsichtig sein. Du musst da nicht so weckern. Du musst da so liebevoll sein. Ich war doch liebevoll. Du musst mit dir so... So liebevoll war ich noch lange, denn ich. Du musst mit dir so liebevoll sein, wie du mit mir umgehst. Nein. Hey. Das war gut. Du bist du da auch mal so liebevoll. Das war richtig gut, das war richtig gut. Das hast du echt super gemacht. No, danke. Bist du halt, ne? Ja. Nein. Ich kann mehr, das ist mir scheißegal, ich bin schon mit dem Genio jetzt. Nee, zu wenig Zeit. Hm, ich gehe mal nicht nach vorne. Ja, und zwar richtig, dass ich nicht nach vorne gehe. Kommt der mit? Nee, ihr kommt nicht mit. Oh, der Blank steht immer noch am Tower. Ja? Ja. Zwei Freakets, top. Ich bewege mich nochmal nach oben. Hallo, Six. Ich weiß, dass du gerade ja... Ich komm nicht, ich gank mal, Jonas. Ich bin nur auf Durchreise. Ich bin nur auf der Durchreise. Willst du jetzt Rache? Okay, warte, warte nochmal, dann kriege ich ihn. Wohin als nächstes? Ja, jetzt kommt er wieder. Oh, jetzt portet sich Schinder. Dann habe ich feilbar an oben. Ja, ich bin wieder unten. Ach nein, doch nicht. Schon okay. Ich würde gerade sagen, ich bin wieder alleine da unten. Ja, komm, dann gehe ich wieder hoch buschen, ne? Nein. Das ist eine Irreführung. Ich mag mich alleine. Nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein. 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 Oh. Oh Gott. Nein. Ach man, das war gemein. Wer sehr kann. Ich habe meine Heilung nicht ange... Oh, toll. Ich tapp. Und ich kann mir Schuhe kaufen, fällt mir gerade auf. Sollte ich mal machen. Komm schon weg. Oh Gott. Jonathan, hast du nicht gesagt, dass Shen wieder hochkommt? Was? Hast du nicht gesagt, dass Shen wieder hochkommt? Ich war... Ich komme wieder oben, ne? Keiner drin. Na, ich stand genau drinnen, ey. Hast du auf Ximzao? Soll ich mal Botline ganken, komm? Ich würde mal empfehlen, erst mal... ...F zu wecken. Das wäre mal eine Idee. Ich bin gleich nicht da. Das war so klar. Sauf, Dauschen-Sau. Okay, schon. Ach, komm. Sorry. Mach nichts. Wenn wir das nachher alles nach außen holen können, dann ist das so alles okay. Ja, passt schon, passt schon. Das kriegen wir später noch hin. Pedro Blanc, willst du mal hochgehen? Dir helfen? Nee, da, ich bin tot. Da ist so so ein gemeintes Zau. Klar, den krieg ich. Wie gefühlt ist der? Ziemlich, der hat eine Doransklinge, Ruhe, ein Papyrus-Zepfart in Deutsch. Oder vorsichtig, was zum Wound. Achso. Kannst du nicht warten, bis ich, äh... Nein. Oh. Gen portet sich da auch noch. Ah. Gibt es nicht. Schwer. Oh Gott. Das hört mich nicht bewegen, warum? Ey, du sollst laufen. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Ich war auf dem Weg, also kannst du mir nichts sagen. Was hat sich überhaupt unten zu suchen? WDR, was ein Leg? Weil wir standen gerade alle. Man gemerkt, hat sich auf einmal nicht mehr bewegt. Was kaufst du dir überhaupt? Was denn? Will er der Uhr halten, oder was? Oh, was für ein Schrott-Item für dich. Du verkaufst es jetzt aber nicht, ne? Du holst ja jetzt deinen verdammten Hack-Tech-Revolver. Und dann machst du folgendes. Dann holst du dir nämlich Nasha's Zar. Leiden. So, Attack-Speed-Ability-Power-Items. Wo ist er? Stopp. In der Mitte sind drei. Timo bewegt mit deinem Hintern nach oben. Brauche ich Rüstung? Nein, du brauchst Attack-Damage. Richtig. Deutsch. Schaden. Du brauchst nicht. Angriffschaden. Hauptsache, ein großes Bum-Bum. Nein, nein. Geh mir aus. Geh mir vor den Füsten weg. Er fehlt. Hilfe! Ja, ich komme dir entgegen. Ich komme dir entgegen. Jetzt hoch. Hoch, 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 hoch. So. Drauf, 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 drauf. Lass meine Ulti drauf. Was zum... Was ist jetzt passiert? Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Ja, keine Ahnung. Es sind alle gereckt und Timo hat nicht geholfen. Ich habe... Er ist auch nicht. Ich stand jetzt hinten, während ich mich vorne mit dem Brenn zu Tode gekloppt habe. Ich war zehn Sekunden aber, Nene. Ich bin der einzige, der seinen Tower halten konnte. Eins, drei, zwei. Ich habe jetzt nicht an hier. Das könnten wir nicht gebrauchen. Okay, die Ulti war jetzt echt geil. Was? Welche Ulti? Was hat sie denn gemacht? Nein, ich. Da steht ein Jaren, der gerade so mit Minions kämpft und sie knallt Justo von die Ulti drauf. Weil sie es kann. Lass sie, weil sie es kann. Ich habe vielleicht mal so ein paar Worte, ne? Hallo, ey. Lass mich. Das war der falsche Knopf. Passte. Danke. Danke. So, wie schallt. Wenn ich gleich auf irgendeinen, dann geh bitte gleich auf den Six. Das haben wir gemacht. Kannst du die Beschwerer-Name besinnen? Und, äh, Schen auch. Ich habe die Vermutung, die machen deinen. Warum höchst du nicht? Oh, wie ich es wusste. Was machen wir, warum gehst du denn dahin? Oh, Gott, lag das. Ich weiß nicht, ich weiß. Ich kann das alleine halten, ich muss ganz kurz zurück. Na. Ich denke, was ist das? Mal so, müssten die nicht auch eigentlich irgendeinen Low-Leveler haben? Nein. Boah. Okay, kann ich nicht, das ist okay. Das ist gut für den Shin. Die Gegner hat einen Turm zerstört. Oh, yeah. Hallo, Freunde, willkommen zu Let's Play League of Legends mit Björn. Warum sind sie ja immer alle auf einmal weg, ey? Hallo. Hallo, Mann, ja. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Boah, oh Gott. Ach, du Scheiße. Ja, echt nice. So, kleines Info an die Zuschauer. Mein LOL ist gerade eben abgestürzt. Ja, das haben, glaube ich, so ziemlich sämtliche Mitbewohner deines Dorfes mitbekommen. Ja, Dorf, Kudorf. Mitbekommen. Ja, Kudorf. Boah, mehr Kuh als Menschen. Wenn irgendwann mal so ein... Nee, die Buddhisten... Wo seid ihr eigentlich? ...belebt bei dir die Milka-Kuh. Ja. Ja. Wir, bei uns sind so viele Kuh, wenn irgendwann mal die Leute der Hare Krishna zu uns kommen, die... Boah. Was ist, Jarek? Ich wollte auch mal den Kuh haben. Da tut mir ja leid. Allerdings habe ich den... Ich habe einen guten kleinen Vorteil gehabt, dass ich rausgekommen bin. Was ist die geschoben? Nein, ich habe zwei Auflade-Items. Zwei? Achso, ja. Ja, schon. Warte, warte, warte. Ja, warte, ich kann mir KDU kaufen. Jetzt geht's auf Off-Tank-Style. Kommt mir fast ein bisschen Schlammbau noch an hier rum. So, Tobi. Tobi. Ja. Du bist voll leise. Klassische Irreführung. So, besser? Naja. Naja, also. Also, ich höre Jonas ungefähr dreimal so laut wie der. Ich könnte auf TS gehen. Andere, was ist so laut? Haben hier alle TS? Haben alle TS? Was? Ich glaube, Nel hat kein TS. Die muss jetzt eigentlich auch mal als Pilze? Äh, guck mal unten die Lane an. Warum brauchst du Pilze auf die Lane und nicht aus? Es geht bisch, verdammt nochmal. Ich traue. Hinten kommt noch so ein Schinsau. Oh, jetzt hab ich mich das auch noch angewöhnt. Danke. Ich bin böser. Bleibe können drauf. Oh, 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 oh. Wurde angegriffen. Ja. So, doppelgänger Uhrig geht da dahin. Da. Na wohl. Das wir mit, das wir mit. Das wir mit. Das wir mit. Oh, danke. So, das gehört sich. So, die neue Leute. Oh, hollo. Oh, mein Gott. 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 Sind sie alle jetzt unten? Zeit lang, dass ich mich in seinen T-Town, in seinen T-Town reingeflesht habe. Das wäre fair gewesen. So. aber was ist jetzt in der Wasserstuhl ob jetzt alle unten sind Prozent Jahr wir sind jetzt gerade alle und nicht ein Becker machen Achso Prozent so dass es nun ja der Ball ist als er weil sie es unten unten auf der Nähe mit unten die Kaukens ich bin zu blöd für diese Welt meine Augen sind Brudelteile m Tod hast Verderben scha-la-la-la Tod hast Verderben scha-la-la-la-la-la-la-la mach ich denn da eigentlich was Neela was 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 hast du dir was selber gesagt wie ich jetzt hasse er hat es nicht auf jeden Fall der Welt meine Frames brechen ein ja jetzt sind sie alle hier ach man eh Matsia du musst ja jetzt kommt was glaube ich zu mir ich sehe nur ein paar Riemann laser wir haben keine Lust im Team schade reich vor um ein Rieger um das kann man mal er sagt ein Darmt ein Darmt ein Darmt aber das ist du bist du ich sollte mal zurückgehen da war ein Darmt das war jetzt und der ich wollte gerade ein Stück Hallo ich heiße Paul ich habe zwei Kinder eine Frau und ich arbeite ich habe noch einen sorry sag mal Benni, dass ich gerade nicht kann, weil mein Lolol gerade zu derbe leckt Benni, Pedro Blanc kann gerade nicht, weil ihr Lol leckt aber Yorick kommt zur Hilfe ja, Yorick kommt zur Hilfe das ist der Süße mit der Gitarre ey, meine Kurse können sogar die Dings auslösen, ist aber geil die Pilze? nee, die da, die Teile hier ah, cool so, hoffen ah, ja, es läuft besser so dann wollen wir mal hoffen, dass das so bleibt wo willst du hin? bin schon da der ist schon tot weißt du was? doch durchaus zack oh, ich habe was getroffen ich auch das ist gut, das ist was hier what the hell helf mal warum sind die eigentlich hinten? zack, 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 zack zack, 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 zack das ist nicht schlecht okay wo wir uns bei den Tauern in der Mitte geh einfach, geh einfach so weiter drauf, einfach tot machen tot, tot, tot das wird sein, kommt als letzter und krieg den ja, was auch immer das ist vertrauen bau mal Darmpilz hin diesen, diesen kleinen Zwischengang das wäre echt geil das wäre leider geil ne, verdammt, das dürfen wir ja nicht was? abdanns was denn? oh ja, 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 ja ich, ich bewege meinen Hintern ja schon komm, ich nehme den Drachen an alleine wie das aussieht ich nehme den Drachen an die Eine oh ja oh, oh guck, abhauen Ja, was macht sie denn, ey? Ja, sieht man. Alter, du stirbst, du stirbst, du stirbst. Ja. Scheiße, ich hätte mein Crew machen sollen. Oh, oh. Woran? Irgendwas halt. Da, hier, wo, wenn du wieder den an Blödererberg gemacht hattest, dann hätte sich der Red berg angegriffen, dann wärst du auch tot gewesen. Nicht, wirklich. Im Grad war da, ach, so, dass ich da hochgebracht habe. Sag mal, ist irgendwer von denen schon super tanky? Warte mal, gibt Rani uns um, gibt gar keine. Nee. Rani uns um hat ne scheiß Passive. Ja. Passive, ah, hier, einmal aktiv ist auch kacke. Dann ist Nocturne am Arsch. Nocturne. Das tornt mich an. Wir klauen die, nee, noch nicht. War das? Okay, wir sind alle da hin. Hier, gehen. Wir haben, ich hab gefunden, wir können auch nicht. Mein Redbuff. Mein Redbuff. Timo, jetzt mal irgendwo ein Tee, äh, hier in Pizza, wenn man setzt. Danke. Gott, ich geh jetzt mal shoppen, ne? Oh, warte. Tu da, ich. Dann bitte. Äh. Jetzt geh ich shoppen. Ach, sorry. Gott, erschreck mich doch nicht so. Bin ich so, äh, bin ich so hässlich? Nein, nur, ich dachte auf einmal kommt ein Gegner da so von hinten. Das ist mir ein bisschen eklig. Weil so ein Brand ist bestimmt ziemlich heiß von hinten, aber trotzdem. Alter, du wolltest das nicht mehr machen. Aber es stimmt doch. Sag mal, sag mal, Benni, er soll mich die ganze Zeit nicht die ganzen Last Hits klauen. Benni, auf Pele, bleibt die Last Hits zu klauen. Meiner. Ach, ich bin auch schon mit in den Kampf, Mann, warum sag mir das nicht. Ich bin nicht Mario, Mario, Mario. Der Pläne war gekackt. Wohin als nächster? Warum musst du dich ausgerechnet dann bewegen, wenn ich dir... Ich hab ihn nicht gefeatet. Ich bin schon wieder auf die Hälfte runter. Ohne Gefahr. Geh weg. Gehen wir gleich auf CX und fang Teamfight an. Ja. Wenn es mich oder Timo... Lass mal an, 5 Sekunden ist Ulti wieder da. 3, 3. Was ist deine Ulti eigentlich? Dass ich meinen letzten Spell nochmal mit 20% mehr Schaden mache. Okay. Alter, es ist schwer den... Ja, ich tenn ihre Passive. Benni, ich bin nicht so blöde. Ach Gott, ich will da jetzt irgendwie mit Ulti reinjoinen und den CX töten, aber... Würde jetzt gerne Piddle spielen wollen. Ja. Einfach mal reinspringen, ne? Sag mal Benni, dass er lernen soll, auszuweichen. Benni, lerne auszuweichen. Das ist cool, über eine dritte Person zu sprechen. Oh. Wie gesagt, er kann ausweichen. Lass unten killen. Irgendwer... Irgendwas... Ey, wollen wir auf den Xen gehen? Ja. Du Schindelst, der der Damage macht. Aber die kommen runter. Dann lassen wir das. Ja, ich komm auch mal zu euch, ne? Okay. Tu das. Oder ich geh oben wieder Backdoor machen. Schafft ihr das hier unten alleine? Ja. Was nicht? Ja, okay, ihr schafft das alleine, ich geh Backdoor machen. Tu das. Aber verhaue ich es nicht. Ich doch nicht. Siehst du, als ob ich es verhaue? Ja. Nein. Ich hoffe ja immer noch den Brandmals. Ist es rückreichend, wahr? Ich bin Leblanc, mich kann nichts töten. Ähm, ich? Ich weiß nicht, ich hab Angst, dass sie zu Nilo runterkommen. Könnte sogar gut sein. Komm, sie sind schon bei Nilo. Nur Nilo sieht das nicht. Das mal rechts runtergehen zu. Wohin als nächstes? Garen. Warte mal, der Blau, komm mal mit, vielleicht den Bedingen. Haben wir den Blut für dich? Ja, Jura. Oh, oh. Ja. Sind die da alle? Ja, die sind gerade. So, ich habe hier oben. Ja, da kann ich mich drauf. Von wegen, die sind alle bei mir unten. Aber sie waren so halb bei dir. Ich ermute das. Hier einer drin ist. Und. Lass mal Tower kaputt machen. Genau, gute Entscheidung. Das wäre geil. Obwohl, ne, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. It's alright, it's alright. It's all okay. It's all okay. It's all okay. Also. To the toys with the boys. In the gay way. We'll reign for the kind of man, which you will find. Oh, 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 oh. Oh. Was, 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 was? Wie, hä? Auf. Warte, ich mach das jetzt an. Ich mach das jetzt an. Ciao, ciao, Le. Auf, fuck, 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 fuck. Und kein Silence, kein Silence. Okay. Ich hatte nur ein Silence. Ein Brand. Pass auf. Er hat nur ein Ass. Wir haben es geschafft. Alter, sag mal, rennst du da grad absichtlich rein? Nein, ich doch nicht. Alter. Darauf haben die doch nur gewartet, dass ich sowas mache. Timo Wordemeer. Pilzemeer heißt er. Sag mal, Timo, sag mal, Benni, dass er süß ist. Benni, du bist süß. Da sollst du nicht reinlaufen, da darf nur ich reinlaufen. Warum? Mama hat doch da nicht reinlaufen. Alter, du verlierst da trotzdem Leben durch. Ich geh jetzt back. Benni, die Pilze sind nicht nur für den Notfall. Ja. Alter, ich kann mir nicht provozieren. Ja, ich setz für die vollsten Luft. Äh, was soll ich sagen? Wehe, du rennst da jetzt wieder durch. Ich lass mal gut durchlaufen, was sagst du jetzt? Gut, lauf durch. Gib doch. Guter Buur. Shen kommt zu uns. Wo? Shen? Nö. Langsam genug. Wollen wir nicht mal ein Teamfight anfangen? Ich kaufe mir eben noch mal was, und dann können wir noch. Wie viel Leben hat das denn? Eherlich. Was? Wer denn? Der Six. Fuck it. Gott, ich geh oben defen, ne? Ich geh oben defen. Ich geh oben defen. Och, Flamer. Alter Wir sollten euch Branch holen Wo war der Rest? Gleich dran Hilfe, hilf die doch Gehen da Mama Blicktot Wie schön, dass ihr das All mal voraussagen könnt War mal was zum, was zum, was zum Alter, wie viel Leistung hat der Xinhau eigentlich Xinhau, der hat eine Menge Er hat doch nur ein vampiristisches Zepter Ja, aber seine passive Dann GB, bevor du Flieke da bist Der Gegner ist in den Trenzestritt Black Oh no Wo bist du? Ich hab mich weggefahren Du hättest doch ruhig weitermachen können Ich wär doch wiedergekommen Darf ich ganz kurz Aufnahmen neu starten Wieder? Ja, sorry Bis gleich Und dritter Absturz Freuen wir uns Knack, 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 knack Was denn? Oh, lo Oh, lo Oh, lo Oh, lo Oh, lo Oh, lo Tja, hat sich stilte Hat wohl gerade kein Damage gemacht Scheiße, aber wenigstens haben die Bären nicht Was ist Benni? Du bist hier gerannt wie tot Und tot Aber er könnte Bären nicht machen Doch Sinn ist tot Ja, aber trotzdem haben die andere noch, die Damage machen Ja, trotzdem, aber ich glaub nicht, dass die Bären machen Denn einer von den Kollegen nicht da ist Bei uns wäre es ein bisschen fataler, weil bei uns drei nicht da sind Haben sie gemacht Sag mal, steht bei dir da auch ein Xinsaurum? Hier? Ne, da liegt er Hier steht bei mir ein Xinsau Der Typ ist tot Bei mir nicht Bei mir ist er lebendig War bei mir letztens auch Bei seinen standen mir im Weg und die haben mich mal beschossen Das war ultra Das war richtig nervig Bist du dir sicher? Ach Jorik, du machst schon, ja okay Ach Jorik, du machst schon, ja okay Ach Jorik, du musst mal pushen irgendwo Ich brauch nur noch, äh 140 Gold, bis ich meinen Rabadons krieg Ich renne da nicht rein Sagt Benni, dass er sich nicht so blöd fangen lassen soll Beryl, Benni, du sollst dich nicht so beschissen fangen lassen Ähm doch Nein Nein Tetris Bitte Du, 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 du Darf ich geh nochmal ganz kurz bei, okay? Mach eine, mach eine Ja, ich brauch nur noch 10 Gold, dann hab ich meinen Rabadon Oh Schnellen, schneller als hier alle Warte mal, vor uns sind ja auch noch welche Wtf Nee, dafür setz ich jetzt nicht meine Ulti ein Ich würde nicht sagen, das war eben fail von mir Wer will aufgeben? EIN Ist dir egal, mit L Sechs, Elf, Elf Ach, die merken das gar nicht Oder? Kannst du da mal einen Eisenpfeil reinhauen? Ich mein den Großen Wenn ich gegen den Chen kämpfe, töte ich mich selbst Der Gegner hat einen Ton zerstört Der Gegner hat einen Ton zerstört Der Gegner hat einen Ton zerstört Keine Ahnung Oh Gott, jetzt bautet sich der Chen hier her Ich bring ein paar Freunde mal So, sorry Leute, dass ich äh Wie heißt das? Auf die Aufnahme wieder Gesetten Gott, scheiß doch auf die Aufnahme, Alter Die interessiert grad keinen Interessiert ja irgendwen die Aufnahme vom Let's Play außer Jonas Na, ich krieg natürlich wieder den Ton zerstört Den da! Gott, der Junge, der... Alter, töte nicht so viele Leute Doch, muss ich So, 10 Kills, meine Nocturne... meine... mein Nocturne-Zweck bewahrheitet sich Ich will auch noch ein Kill Wenn ich nicht über 10 komme, dann schäme ich mich Alter 7, 12, 13, was wollt ihr? Was? 7, 12, 13 Majoric Respekt Ja, weil ich jedes Mal euch als letzter abbauen muss Ja, aber benutze doch deine Ulti auf dich Hab ich doch oft genug Das Problem ist Wenn ich zu 5 auf mich drauf ging, hab ich die Arschkarte Ach, du hast doch ein Pentacleskin Sorry, aber der muss jetzt sein Äh, guck mal, warte mal, was haben wir denn? Garen Silence Äh, Schindau, schmeiß mich hoch Und Shen mit sein Tor Dann bin ich schon tot Ich will aber nicht, dass du stürzt Geduld, Beschwörer Wenn wir jetzt einer mehr hätten, könnten wir 3 vs. 3 Maus lang alle machen Jawohl, ich hab an die Crew Alter, mir fehlen noch 2 Items, dann bin ich an die Crew und ich bin sau gefriedet Ich steh 10, 4, 11, du stehst 9, 3, 7, ich hab 280 Last Hits und du 104 Ja und lass mir mal Sag mal, Benni, dass das meine Last Hits sind Benni, dass das Leblancs Last Hits, also verbiss dich da Das sind die Last Hits von Leblancs, also geh da weg Und für Jorik das Gleiche Ich will nur den einen haben, Benni Wo sind die eigentlich, Alter? Saron wahrscheinlich Gerade nicht, ne, ist ja noch nicht wieder da Ich bin an der Mitte Wollen pushen, ich geh mal oben hin und mach den Inhibitor weg, ne? Ich hab unbedingt diese Jungs Dann kriegen sie sicher ein bisschen Druck auf der Lane Fuck, was wär das denn für ein Leblancs? Okay, einer kommt runter Ich wusste es, ich wusste es Warum machst du es dann? Nein, scheiß dumm, Entschuldigung Nein, ich wusste, dass die herkommen Ich bin zurückgegangen, ich hätte weiter nach vorne gehen sollen Wow, ich hätte mich fast hingeflasht, wenn mein Turm war Wo kann der sein? Schaffst du auch die Türme alleine? Ich? Also einen müsste ich schaffen Ja, hier passen sich zwei zurück Wie viel kommt zurück? Zwei Jo, da sind sie Ich? Ja, ich bin gerade dabei, mich auch voll wegzubewegen Ich mach das gleich nochmal Ich? Ja Ich werde es versuchen Wir müssen jetzt nur noch die Base so lange entdecken Oder wir machen jetzt nochmal einen gewonnenen Teamfight Eins von beiden Das wird schwierig, bei uns wir überleben vielleicht zwei Grad mal Ah ja, hier oben kommt so eine minimale, kleine, große Minionwelle Minimale, kleine, große Minionwelle Ah, Desert oder was So, ich werde den Shinsawa 1-on-1 töten, ehrlich Schade Alter, wie lange die Todeszeit einfach mal auf Level 18 ist Mein Ach Oh doch, cool, ich bin rangekommen Kannst du den Sloan? Passiert Oh, oh Alter, was load denn da? Was load denn von denen? Pass auf, pass auf Pass auf, komm her Ja, ich tüte mich selbst, wenn ich gegen Gegenkämpfe Kommt nach oben Ach, leck mich, Alter Sag Benni, dass er mich retten soll Benni, rette LeBlanc Nein, 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 nein Gott, der hätte nur noch einen Schritt machen müssen und ich wäre tot gewesen Kriegt ihr das schnell? Oh Gott, ist das eine große Minionwelle Kriegen wir in den Tau gedifft? Wenn, wenn dieser scheiß Idiot von Six getaunt ist, ja Oh Gott, warte, wir müssen base-deffen, base-deffen, base-deffen Ach, wir kriegen das hier hin, wir kriegen das hier hin Kriegt er nicht Verdammt Komm, ich dachte, es ist ja schon B Sag ihm mal, wenn er jetzt an den Minion stirbt, lache ich ihn aus Wenn du an den Minion stirbst, wirst du ausgelacht, Benni Obwohl ich selber an den Minion Alter, das ist mal sauspannend Das kriegen wir gedreht Ne Doch Oh, das war so klar, dass jetzt Shen kommt Wer ist jetzt hier oben? Ja Äh, die können nicht Ich bin die Lady in Lila Ja, schön weiß ich Hab ich mittlerweile mitbekommen Schon wieder Ich muss mich ein bisschen zurückhalten In der dritte Tower Was ist los? Soll ich den letzten Tower pushen? Könnt ihr das hier deffen? Glück, 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 Glück Nein, dann haben wir einen Ace Gut gemacht Gott, der Typ ist Der Typ entkommt, der Typ entkommt, der Typ entkommt, der Typ entkommt Los, Benni Alter, unser Nexus geht gleich kaputt Hast du Ulti? Alter Alter, Alter, der Nexus geht gleich kaputt hier Nein, Leute Sorry Aber Hier sind zu viele Minions Sorry Was? Oh Leute, wollte ich mich fahren? Ich hab euch gesagt Ich war tot Ich konnte Da konnte ich nichts machen Ja, mach nicht Aus Spielern lernt man Sagt man so schön Das hätt er Also ich fand mich gut Ja, ich auch Warte mal An wem? Brand Level 30 Level 21, 30 25, 30 Wow Also ich will ja nichts sagen Aber ich fand unsere Ace irgendwie nicht so super Sie war super Da kannst du nicht dran weckern Hä? Nela hat alles richtig gemacht Nela hat alles richtig gemacht Was man richtig machen kann Ich sag gar nichts mehr Ich muss sowieso jetzt auf Okay, und ich beende dieses Let's Play einfach mal War ein lustiges Spiel auch, wenn wir verloren haben Also tschüss 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 Ich bin auch weg